Weiter kann es gehen mit Let's Play Tomb Raider 2. Wir sind in den schwimmenden Inseln und nun ja, ein sehr schön designtes Level. Sie haben ein kleines Detail, es ist nicht allzu wichtig, aber sie haben ein kleines Detail vergessen. Wenn in Tomb Raider 1 noch der Himmel fehlte, ist es in Tomb Raider 2 der Boden. Ich stelle mir das gerade vor. So, Tomb Raider 2 ist verkauft. Hey Frank, da fehlt was. Ähm, wie mache ich das jetzt? Und lebst du? Und was passiert, wenn ich ins schwarze Nichts falle? Alter! Übertreib es nicht! Was ist denn hier los? Wie es einfach Raketen-Ninjas sind, ja? Raketen-Ninjas mit Käsefüßen. Langsam glaube ich, sie haben echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Äh, okay. Wenn ich hier rüber springe, das ergibt keinen Sinn. Ey, ich habe ein richtiges Problem, glaube ich. Komm ich da? Sieht so aus, als könnte ich da hin. Oh, ich mache sowieso alles falsch. Scheiße, ich will das nicht sehen. Okay. Jetzt habe ich mir auch die Angst vorm Fallen ein bisschen genommen. Jetzt wird wieder gefallen. Ähm. Sollte es euch auch nicht gefallen. Ist jetzt total egal. Oh! Wuhu! Alles klar. Ist da unten. Sieht so aus, als könnte ich nachher da unten durch. Aber ich kann auch da durch. Ey, dieses Level ist so, äh... Im Prinzip sieht es fast schon aus wie ein freies Level. Relativ freies Level. Stirb! Die machen echt komische Geräusche. Es ist, als würden sie durch ihre Füße sich in die Luft furzen. Oh Gott! Junge. Ähm. Hier kommen wir nicht durch, oder? Das ist so ein kleiner Trickwitz. Das können die nicht ernsthaft machen, oder? Die können das hier nicht als storymäßig richtige Erklärung dafür nehmen. Okay. Danke. Rüber da. Lubeldold. Ah, noch einer. Oh Gott! Die sind schnell! Oh! Hohohohoho! Hohohohoho! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Stirb, stirb, stirb! Boah! Alter, wie viel sie einfach aushalten! Ich hab gesagt, ich spare mir die Munition bis zum Ende, aber, ähm, ja, wenn ich ein paar Schrotfländenschüsse mir hole, dürfte das ja nicht allzu schwer, allzu, äh, ich werde am Ende keinen einzigen Schuss mehr übrig haben. Naja, egal. Hoch kann ich da auch nicht, weil die Klappe im Weg ist. Klappe! Entschuldigung, ich muss, ich muss diesen Witz immer wieder. Es ist der unlustigste Witz, den ich in meinem Zeitalter überspannenden Witzerepertoire habe. Und? Oh! Da ist so ein Teil. Davon lag auch eins am Anfang. Also in der Nähe vom Anfang. Hört sich ja fast so an, als wäre dein Gegner. Was ist das? Mystische Plakette. Sowas hat man am Auto, aber nichts rumliegen. Oh mein Duper! Tja, sie essen halt mit Stäbchen. Ähm. Och, nö, jetzt muss ich da, äh, da ist eigentlich nicht so viel. Wir nehmen diesmal direkt die Schrotflinte. Ich hatte von Anfang an meine Schrotflinten bei Schrotthaufen kaufen sollen. Und weg mit dir, weg mit dir, sterb, boah, scheiße. Äh, wir sind jetzt nochmal einen Salud abgefeuert. Äh, Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Gut, das ist meine neue Schrotflinte. Wieso wählst du nicht die Schrotflinte aus, wenn ich da sag, wer die Schrotflinte aus? Wie sie halt fünf... Sechs! Sechs Schrotflintenschüsse. So viel hält noch nicht mal der T-Rex aus bei Dino Crisis. Ähm. War jetzt sowieso totale Falsch-Info, aber was soll's. Hier liegt noch was. Ich hab eben wirklich ein großes Medipack übersetzt. Ja, brauch ich nicht. Komm schon. Große Medipacks sind total überbewertet. Haben bei Ebay fünf fucking Sterne. Sind das Sterne? Egal. Ähm. Daumen nach oben ist es ja nicht. Oh, ich will die YouTube-Sterne zurück. Ach, egal. Nostalgie. Oh, nein. 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 Alter, machen die einen Schaden. Machen die einen Damage. Ho, 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 ho. Ganz ehrlich? Das waren jetzt... Oh, hi. Was für ein Glück, dass du nicht fliegen kannst, ne? Die Entfernung scheint bei der Schrotflinte gar nicht so wichtig zu sein. Das war jetzt der Unterschied von fünf Schüssen zu sechs Schüssen. Ähm. Ah, jetzt hab ich nochmal eine Chance, den hier schadenfrei zu überstehen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Leute, ich bin total verwirrt, ja? Ich bin sowas von verwirrt. Also, ähm, es kommt ein bisschen unerwartet, kann man, ja, kann man so sagen. Es kommt total unerwartet. Eben war mir noch im Total, doch noch, im Vergleich hierzu war es noch greifbar, äh, dieses Museumsding. Und jetzt hängen wir plötzlich hier herum und keiner weiß warum. Besser gesagt, es weiß ja noch nicht mehr jemand, wie rum. Scheiße. Ich dachte schon, das wäre böse gewesen, äh, voll böse und so, oh nein. Ich muss ja echt dauernd passieren. Äh, husten, also, ich werde außerweise nicht dauernd, äh, unterbrochen. Durchgebrochen wiederum schon, dann allerdings von den Gegnern. Unterbrochen eher seltener, wobei doch, aber durch den Husten und nicht durch irgendwelche bösen. Äh, äh, Buben. Da oben komme ich her. Dort war ich bereit. Da war ich auch schon. Es führt alles zum Loch. Ey, Mako, sei mal ein bisschen weniger sexuell. Ich meine ein ganz normales Loch im Boden. Mit B, Boden. Äh, ach, das ist gar kein, okay, ich dachte, das wäre so ein Schlupfloch, wo du dann rein kannst und mit deinen Freunden lachen und tanzen. Aber nein. Vier, fünf. Okay, ihr haltet fünf aus, die dicken Brocken, die nicht fliegen können, halten sechs aus, äh, sechs Schüsse und hier ist irgendwie ein bisschen verstrahlt das Ganze, ne? So ein kleines bisschen. Äh, ein ganz kleines bisschen. Also, ab und zu mal ein kurzer Grünstich. Ähm. Ja, ganz ehrlich, ich bin gerade ratlos. Denn ich gehe zu Fuß. Aber auch ganz abgesehen davon bin ich ratlos, denn ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Scheiße, das war falsch. Danke. Obwohl, war das wirklich besser? Warte. Gegner? Ne. Wohin soll ich denn gehen? Wohin soll ich denn gegnern? Ich meine, was mir jetzt auch übrig bleibt, ist da drüben dieses kleine Häuslein. Dann wiederum, ja, da war ich eigentlich schon. Kann man, ja, muss man so sagen. So sagen, wie es war. Warte. Ha! Ha! Oho! Da ist dieser Hebel. Den Hebel haben wir gedruckt. Dann gäbe es hier nur noch Lubbel. Aber Lubbel waren wir gebuckt. Lubbel haben wir schon gebuckt. Höh! Höh! Ach so, Hölle. Ähm, ja. Hm. Ein leicht aussichtsloses Marco bahnt sich seinen Weg hier hindurch. Vielleicht müssen wir diese Eier, die wir aufgesammelt haben, diese Plaketten, diese mystischen, vielleicht müssen wir die irgendwo einsetzen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo. Ich sag jetzt nur ganz, ganz theoretisch. Also, nicht zusammenschlagen. Ähm. Da waren wir noch nicht. Höh. Klappt das? Klappt das? Ich denke nicht, dass es klappt. Ich denke eher, wir klappen zusammen wie ein Klappstuhl. Aber wir müssen es... Oh Gott! Wer hat denn dort in der Toilette, wie er seinen Klappstuhl entrichtet? Nein! Keine Toilettenwitze, sei weniger sexuell. Oh. Und? Okay, Leute. Wir haben ein Problem. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar zwei. Moment mal. Moment mal. Geht mit auf die Plattform. Wir können da lubelsplingern. Und dann sehen wir das schwarze Nichts. Aha! Scheiße. Das wirkt jetzt voll Profimäßig, oder? So, als wüsste ich genau, was ich tue. Ähm. Oh! Laura! Spring doch bitte einfach auf das Haus. Danke! Danke! Du mir bitte einen kleinen Gefallen und spring einfach auf das Haus. Ähm. So, aber ich denke nicht, dass mir das helfen wird, bei meinem Versuch weiterzukommen. Denn das ist letzten Endes nur ein Secret. Ähm. Ich wage es sogar sehr zu bezweifeln. Also, da kommen wir ja nicht durch. Da kommen wir her. Das ist alles so lächerlich. Lächerlich im Sinne von... Total sinnvoll. Äh. Sinnfrei. Speichern. Ja, was soll denn das? Wenn ich hier drüber springe, springt mir das auch nichts. Springt mir das auch nichts. Aber ich bin ver... Verräterisch nah. Das heißt, wenn ich... Von hier aus... Darüber springen. Genau. Und dann... Ne, ehrlich. Ich hab... Ich hab grad keine Ahnung. Ich glaub, ich seh mich offscreen ein bisschen um. Und wir sehen uns dann wieder. Leute, ich raste gerade aus. Äh. Ich sitze jetzt einfach eine halbe Stunde schon an diesem Sprung. Ha. Ihr kennt meine Übertreibung. Aber... Es sind 10 Minuten. Also ich bin mir todsicher, dass es mindestens 10 Minuten sind, die ich hier bin. Und einfach nur versuche, wieder dahin zu kommen, wo wir herkommen. Aber offenbar war es von den Entwicklern gar nicht so gedacht. Das heißt, ich habe eben mal wieder irgendeinen Bug ausgenutzt. Und es war von den Entwicklern gedacht, dass man hier irgendwie weiterkommt. Das Problem ist, dass man hier nicht weiterkommt. Logische Schlussfolgerung. Es ist nicht so gedacht, dass hier nach noch was kommt. Äh. Meine Güte. Ja, genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich... Mir ist auch klar, dass es eben sinnlos ist, weil es diese Aussage, weil es Leute gibt, die das Spiel durchgespielt haben. Aber... Äh. Ich bin grad schon wieder ein bisschen gereizt. Wir reizen. Na? Klappt's dieses Mal? Natürlich nicht! Das ist ein schlechter Witz, oder? Das ist einfach... Das meinen die nicht so. Das ist einfach nur der erbärmlichste Witz, den ich hier gehört habe. Warte. Eigentlich müsste ich jetzt lachen. Das scheint einfach echt nicht mehr möglich zu sein. Die Frage, die sich mir einfach stellt, ist, wie oft... Wie oft soll man das hier probieren? Ich mein, ich sitze halt schon 10 Minuten hier dran. Und geht mir nicht mit der In-Game-Zeit auf den Nerv. Äh. Die resettet sich, wenn man lädt. Ja, wie hab ich's denn dann eben gemacht? Es ist mal wieder ein total zufallsabhängiger Sprung. Dabei will ich einfach nur zurück, um zu gucken, ob da drüben was ist. Das Schlimme ist ja, wer wahrscheinlich ist da drüben noch nicht mal etwas. Das heißt, ich leg mich hier 15 Minuten ins Zeug. Was heißt legen? Ich muss ja sitzen. Das ist für einen faulen Menschen wie mich, ist das Mord. Und dann sitze ich hier 15 Minuten lang, bis ich da rüberkomme. Wenn ich da rüberkomme. Auch das ist nicht garantiert. Und um herauszufinden, dass drüben nichts ist. Gut, okay, okay, komm, lass es, lass es. Lara, lass es. Es geht nicht mehr rüber. Wir müssen irgendwie von... Vielleicht kann ich ja irgendwie übers Dach da drauf. Auch wenn's komisch ist, wenn man einen Secret-Weg braucht, um das Level abzuschließen. Aber... Gott. Man konnte aufs... Warte. Nee, ich erinnere mich nicht falsch. Ich war eben auf diesem Dach und habe ein Secret entgegengenommen. Demnach gehe ich davon auf, dass dieses Dach erreichbar ist. Oder ist zumindest mal wahr. Außer natürlich, wir haben wieder irgendeine unsichtbare Wand, aber es glaube ich weniger. Okay. Ich kann mich natürlich auch irren. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich was aus einem Spiel, das ich vor 10 Jahren gespielt habe, falsch in Erinnerung habe. Aber das hier habe ich vor ein paar Tagen gespielt. Es wird also schlimmer. Wie zur Hölle komme ich auf das Dach? Ich bin auf dem Dach. Vielleicht sollte man manchmal beim Spielen noch hingucken. Ja, das Dach bringt mir jetzt aber bei diesem Sprung auch nicht mehr so viel, denn so weit kann sie nun wirklich nicht springen. Da komme ich auch nicht mehr rein. Das haben wir eben schon versucht, mehr oder weniger. Das da kann's auch nicht sein. Na? Ja, schön. Dann bin ich genau da, wo ich jetzt bin, nur halt schon tot. Schon mal vorgesagt. Ja, es ist einfach. Lad den Eltern safe und verzichte auf das Secret. Lad den Eltern safe und verzichte auf das Secret. Scheiße. Lad den Eltern safe und verzichte auf das Secret. Es gibt kein Eltern safe. Okay, ähm. Zusammengefasst. Es gibt keinen Weg zurück. Und es gibt keinen safe, bei dem ich noch drüben war. Ähm. Habe ich mich jetzt wirklich ins Aus manövriert? Du wirst mir nicht sagen, dass ich das Spiel jetzt auffüllen muss, oder? Das will er mir sagen. Ich versuch's noch ein paar Minuten und... Bis dann.